Anton Heinz, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton Heinz, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton Heinz an Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton Heinz geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Katz, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Das sind unsere Leute da drüben. Wir müssen Ihnen helfen. Arrikadische Infanterie voraus. Schröder, Alters, ein Bierfeuer. Station voraus. Alle Mann bereit halten. Sieht gut aus. Anton Heinz an Oberkommando. Schienen sind frei vom Falten. Gute Arbeit, Anton Heinz. Wir wussten gegen einen Krieger, hatten Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Sie haben es gehört, Katz. Vorrücken. Jawohl, Kommandant. Sherman, die Rücken vor. Scheiße, Sherman. Bestätigter Treffer. Treffer, Treffer. Anzer zerstört. Wir hätten keine Chance gegen uns. Vorwärts. Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten. Wie stark sind Ihre Verbände? Sie spielen keine Rolle. Sie sind uns nicht gewachsen. Vorrücken und Verteidigungen zerstören. Das Ziel ist erledigt. Wie kommen Sie voran, Katz? Ich arbeite dran. Die Amerikaner laufen davon. Stefan hat Ihnen Angst gemacht, hä? Ach, 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 ach. Artillerie. Anton Heinz, schalten Sie die Artillerie-Stellungen auf dem Hauptstraßenhaus. Ich wiederhole. Alle Artillerie-Stellungen müssen zerstört werden. Befehl bestätigen, Hartmann. Jawohl. Oberkomando, hier Anson 1. Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Da ist die Artillerie. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade, Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Der macht keinen Lust mehr. Artillerie-Stellung zerstört. Jetzt die andere. Ich werde mich wiederholen. Ich werde mich überladen. Die neue Gäste. Ich werde mich überladen. Und dann, ich werde mich überladen. Unter committing Körsen. Ach, ich werde mich überladen. Schrauben Sie ein, ich werde mich überladen. Das müsste die letzte Artillerie-Stellung gewesen sein. Ziel ausgeschaltet! Das Ziel ist erledigt! Anton Heinz, feindliche Panzerdivision versucht, den Platz zu stellen. Sofort angreifen und abwehren! Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Wir können sie nicht abhängen. Kerz, sehen Sie zu, dass wir immer irgendeine Deckung haben. Schröder und Hartmann, sie feuern nur, wenn sie ein Ziel haben. Boah, das Ding gefällt mir gar nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Soll ich ihn in die Luft jagen, Kommandant? 12 Uhr, genau vor uns! Raketenwerfer! Vor links, schwarze! Geht nicht erschöpfern! Scheiße! Und für eine Lenkung fällt gleich aus! Die Lenkung hat was abgekriegt! Wir werden es nicht schaffen! Fahren Sie uns in Deckung! Wir haben nicht die Zeit! Wir haben es geschafft! Das war der letzte! Wir haben es geschafft! Mein Gott, ich kann nicht! Das war verdammt knapp! An alle verbliebenen Panzereinheiten! Rücken Sie zum Sammelpunkt vor! Und attackieren Sie alle Feindeinheiten, denen Sie begegnen! Danach drängen Sie die feindlichen Truppen aus der Stadt zurück! Kertz, bringen Sie uns zu dieser Position! Ja, Kommandant! Längst, legen Sie uns zu dieser Position! No! Es gibt nicht alle, keine Lippen! centere, nicht alle, keine Lippen! Das ist eine Lippen-Kartereinheit! Wir werden es nicht weitergehen. Wir werden es nicht weitergehen. Drucksz, bringen Sie uns zu dieser Position! Wir werden es nicht mehr und tun! Locken Sie uns in den Trickstricken! Die Lippen-Kartereinheit und die Lippenheit und die Lippenheit und die Verlaterinheit und die Runde in die Mitte der Karte! Nicht so dicht an die Mauern! Er kann wieder raus! Sie sind erledigt! Das ist ein Hinterhalt! Schröder! Treffer! Treffer! Diese Buster sind verrückt! Sie haben keine Chance gegen Tiger! Beruhig dich, Mann. Herrgott, noch mal. Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Sie sind getroffen. Fahren aber doch. Guter Schuss! Was war das? Fahren Sie uns in Deckung! Feindliche Panzer! Wie viele Panzer haben Sie wohl? Ganz ruhig. Wir schaffen das. Sollen Sie nur kommen. Feindpanzer! Webacker! Oh, oh, oh. Wir erleiden Schaden! Wir haben's geschafft! Najur! Wo sind die anderen Panzer? Jetzt sind wir auf uns gestellt. Perz, folgen Sie den Gleisen. Strengen Sie sich gefälligst an! Komm schon, Stefan! Reiß dich zusammen! Kommandant! Roter Rauch! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?